Musik Musik Jetzt nehmen wir der amtierende Mr. Olympia Phil Heath Das letzte Mal als wir ihn trafen war es 2011 in Essen und jetzt sind wir hier in Köln und er hat das, was er damals vorbereitet hat, hinter sich gebracht. Er hat nämlich den Mr. O gewonnen. Was ist es um ihn zu sein? Schau mal, ich habe wahrscheinlich den größten Kuss von allen anderen Athleten. Meine Fans sind unglaublich. Ich habe nur 13 von uns gewonnen, die die Titel gewonnen haben. Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich das geschafft habe. Okay, Mr. O ist vor dir, dass sie eine Serie gemacht haben. Was denkst du über eine Serie wie sie machen? Schau mal, wir finden uns dieses Jahr. Ich gehe für mein 3er Titel und ich glaube, dass ich nie einfach nur einen oder zwei gewonnen habe. So mit mir, ich bin kleiner als die meisten anderen Leute, die ich gegen mich bin, besonders die Leute in den Top 5, sie sind alle viel älter als ich bin und viel mehr Erfahrung. Also, ich fühle mich definitiv, dass ich eine Reihe von Verkäufer machen kann. Aber natürlich muss ich sehr hart trainieren und sehr gut vorbereiten, weil sie alle wollen, mich zu retten. Aber ich bin sehr positiv und sehr überzeugt, dass ich es mache. Okay, was war dein Rollmodell, als du mit dem Sport angefangen hast? Habt du Reg Park oder Arnold Schwarzenegger als dein Idol? Ich würde sagen, Lee Haney war wahrscheinlich mein größtes Idol. Early auf, weil ich wusste, dass er konnte, die Olympia zu gewinnen an so early Zeit, und dann zu retten und zu retten, als auch zu retten. Er war einfach sehr gut, wie er war, wie er war. Er war niemals wirklich, wenn seine Analyse waren sehr hoch auf ihn. Er war sehr gut für seine Fans. Er war sehr gut. Und ich versuche, mich nach dem, weil ich fühle mich, weil ich fühle mich, dass bodybuilding und bodybuilders oft sind, mit negativen Stereotypen. Aber ich denke, Lee Haney, ich denke, hat viele von ihnen gewonnen, weil sie wie er war. Und immer noch zu diesem Tag ist er legend. Aber ich würde sagen, ihn. Obviously Arnold Schwarzenegger. Sie haben alle gemacht etwas wichtiges in meinem Leben. Ronny Coleman, natürlich. Und dann natürlich Jay Cutler. Und ich kann nicht vergessen, Dorian. Der Mann ist ein beast. Und definitiv, all diese Leute ressonieren in meinem Training und in meiner Präparation, als ich bereit bin für die Olympia. Weil jeder und jeder von ihnen hat eine andere Geschichte. Aber ich kann sich mit allen in irgendeiner Weise hinweisen. Du bist in Deutschland und jetzt in Cologne. Du hast es ein paar Mal in Essen. Was ist die größte Unterschiede, wenn es eine Unterschiede gibt, zwischen dem deutschen Markt und Fans und den USA? Ich denke, der deutschen Markt ist einfach unglaublich. Every time ich hier komme, in Essen oder in Cologne, sie gehen über und überlegen, ihre Unterstützung für die Athleten. Nicht nur für mich, aber für alle. Und ich denke, in den USA ist es viel anders, weil sie, ich würde sagen, mit verschiedenen Sporten, wie Baseball, Basketball, Fußball. Diese sind mehr traditionell, Mainstream Sport. So all die television attention geht zu ihnen, und dann zu uns. Das ist wahrscheinlich weshalb viele Leute uns nicht sehr gut in den USA bekommen. Wobei es hier ist, dass es sehr wichtig ist. Und ich liebe es nach Europa, besonders in Deutschland, weil sie eine große Anmerksamkeit zeigen. Und wie man sieht, die Beobachtung ist in den Fans. Sie warten hier für Stunden, um mich zu nehmen, und ich kann es nicht helfen, aber auch mit mir zu werden, ich werde immer sicher, dass ich hier für sie bin. Hallo! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018